Hi, Willkommen zurück zu Lego Batman. Und zwar ist das ganze Problem relativ einfach zu lösen. Man muss nur erstmal drauf kommen. Wir haben ja... Hoppala. Hier vorne gerade Wasser befreit. Und was kann Batman... äh, was kann Superman? Der kann Wasser gefrieren lassen. Äh... Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also... So, und damit kann ich jetzt hier... Mit diesem... Ja, also, äh... Also, ne, also... Damit kann ich dann jetzt hier... So... Rüberfliegen. Kann das hier zerstören. Oder auch nicht. Doch, kann ich. Bam. Dann kann der Superman hoch. Ich kann den Schalter ziehen. Und der blöde Zug fährt hier nicht mehr durch. Und die blöde U-Bahn. Oder? Ne, nicht mehr. So, da bleibt es jetzt stehen. Jetzt komme ich an der Ding hier ran. Das ist ja schön. An den Ventilator, oder soll man das sagen? Komm's. Und, äh... Jetzt baue ich mir was. Achso, ich ziehe jetzt den Zug weg. Die... Die Bahn. Das ist die U-Bahn. Kein Zug. Kein U-Zug. Mehrmals drücken. Mehrmals drücken. Ich vergesse es immer wieder. Hm, hm, hm. So. Huch. Äh, joa, nimm die ruhig mit. Kein Wums. Mach, oh ja, alles kaputt. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall da durch. Kommt her, ihr Pissviecher. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und... Bam. Nummer sechs. Mal zwölf dafür. Oh. Was ist das denn für ein großer Start? Und wo sind wir hier gelandet? Wieso sind hier so viele von dem Joker? Hm. Aber da wird uns wenigstens gesagt, was wir machen müssen. Wir müssen da auf jeden Fall rüber. Das finde ich echt nett, dass uns das gesagt wird. Bam. Alles kaputt machen. Das Feuer aushauchen. Heiße Steine. Zack. Äh, ne, ich brauch Batman. Bats. So, schaffen wir das jetzt hier rüber? Ja. Zwar gar kein von den Steinen eingesammelt, aber gut. Äh, ich hab ja auch Geld genug. Was auch noch nicht die Zeichnung, kann ich die irgendwie zerstören? Anscheinend nicht. Äh, diese habe ich ein bisschen mehr Geld eingesammelt, aber ich hab's nicht nach oben geschafft. Geil. Äh. Ich geh nicht durch. Äh. Hang that. Hopp. Nein. Ja. Komm da raus. Naja, ich stehe wie es jetzt wieder oben. Und jetzt habe ich es auch wieder drüber geschafft. Hm, da brauch ich Superman für. Was auch immer, dass ich da machen muss? Trum. Ach, die Röntgenwand. Richtig. Weg. Weg. Ähm. Einfach abstellen. Ja, einfach abstellen. Ja, Blitze weg. Mach hier mehr mit Superman als mit allem anderen, obwohl er geschwächt ist noch. Aua. Ich will immer runterfliegen und der macht das. Der fliegt runter, aber nicht so, wie ich das will. Hoch. Äh. Oh. Oh Gott. Ah. Oh, nek. Das ganze Feuer lasse ich an. Da mache ich mir jetzt nicht die Mühe drum, das Feuer hier auszumachen. Äh. Gehst du kaputt? Danke. Ach, da ist er ja wieder. Ja, was mache ich jetzt am besten? Bamm. Cool, da hat mir gar nichts geholfen. Finde ich ja toll. Bums. So, ein bisschen umsehen hier, was ich hier so machen kann. Mein Gott. Haut ab. Okay, das ist irgendwie zerstörend. Ne, bin gefangen. Geil. Ähm. Ah, das wollen wir da draußen, finde ich toll. Ah. Na los, geht doch kaputt. Dankeschön. Äh, jetzt interessiert er da irgendwas? Boah. Boah. So, jetzt das nächste Teil kaputt machen. Bamm. Bamm. Töne mal auf hier. Ist ja schlimm. sieben, sieben, acht und Nummer neun. Oh, ja, das war klar. Ich stelle hier einfach mal hier oben wieder drauf. Ich schließe von hier auf Teil Nummer drei. Tschüss. 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 Und in den nächsten Waggon bringen wir das denn. Boah, wie viele kommen denn hier? Bamm, mal 20. Das gibt Geld. So. Dann springen wir auch mal in den Waggon. Hängt hier alles aufeinander. Checkpoint. Speicherkarte, bitte. Wir haben auch gleich wieder geschafft, Superheld zu werden. Oh, jetzt auch so ein fahrendes Ding. Was passiert, wenn ich springe? Ah, ich fliege nicht nach hinten. Okay. Unrealistisch, aber finde ich super. Äh, Batman. Zieh mal. Oh, schön. Hm. Danke, jetzt kann ich mich gar nicht mehr sehen. Und ich laufe einfach mal drüber weg. Hap. Bam. Äh, nee, es ist magnetisch. Oh, mach doch nicht alles kaputt. Und da sind wir auch Superheld geworden. Hm. Hö, was hab ich denn jetzt gemacht? Hä? Was ist das denn? Hm. Gut, dass mir das bis jetzt noch nicht erklärt wurde, was ich da gemacht hab. Ähm. Da ist immer noch Feuer an. Ja, jetzt nicht mehr. Durch die Steine der U-Bahn schlagen, ist natürlich klar. Äh, hallo. Mach doch noch mehr kaputt. Ja, das ist natürlich jetzt klar, was wir uns hier zusammenbauen werden. Hau. Aua. Elektronzug. Packt hier die Elektrizität. Äh, Elektrizität. Super. Ähm. Da brauch ich mal eben den Supermann. Und Bams. Was mir gerade auffällt, wo ist eigentlich der Robin? Habe ich den irgendwo liegen lassen, sitzen lassen? Ähm. Weiß ich jetzt nämlich überhaupt nicht gerade. Oder hab ich das einfach vergessen? Ist er irgendwo hingegangen? Habe ich es geschafft? Anscheinend. Sorry. 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 Hehehe. Und das Schlupf im Untergrund. Abgeschlossen. Freies Spiel. Freigeschaltet. 1,358 470 Billionen Sturz. Und 29 von 250 Gronenstein. Und weiter geht's. Ach ja. Ladebildschirm. Mh. Superman kann es nicht lesen. Der Tarnanzug ist mit einer unsichtbarkeitsfunktion ausgestattet. Ich erzähle mir lieber, was ich mit dem Fledermaus-Anzug gerade gemacht habe. Lego Wasser. Nee. Oh, es fängt an zu rechnen, wenn ich aufnehme. Oh, es fängt an zu rechnen, wenn ich aufnehme. Verlustigkeitskanone. Äh. Was für eine Fledermaus-Anzug habe ich mit dem Fledermaus-Anzug, was ich da gemacht habe. Ja, oder dass das Spiel weitergeht. Noch besser. Denken wir da jetzt einfach rum? Und wo sind wir? Wieso sind wir am Arsch der Welt? Rede am Rathaus. Ja, hallo? Noch weiter weg ging's ja nicht. Du bist immer noch geschwächt. Ja, ich seh's ja. Wo ist denn das nächste, äh... Autodach? Autodingens. Ich kann ja auch schnell reisen, ne? Guck mal, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Tö, dann nimm mir doch noch den Punkt. Den Schnellreisepunkt zum Rathaus. Denn da war ich anscheinend schon mal und, äh... Ah gut, kein Nadelnbildschirm. Ja, hier war ich schon mal. Äh, wie weit ist das hier, ne? Du musst doch eigentlich hier direkt nebenstehen. Na. Da ich ja auch. Hallöchen. Bitte lass mich meine Kräfte zurückbekommen. Und zufolge sind heute Abend die städtischen U-Bahn-Linien von Störungen betroffen. Das Büro des Bürgermeisters berief sich in einer kurzen Mitteilung auf technische Schwierigkeiten, darunter solche im Zusammenhang mit dem Armoklauf eines riesigen Roboters. Schockierte Pendler haben Batman und Superman gesichtet und alle U-Bahn-Linien sind derzeit unterbrochen. Inzwischen versammeln sich Bürger zur Kundgebung von Lex Luthor im Rathaus mit sicher vielen Fragen an den Präsidentschaftskandidaten. Aber wird er Antworten haben? Die macht immer das gleiche, wenn die Fährte jetzt mitreden. Puh. Hä? Da lief gerade einer mit der Kamera durch. Das haben wir noch nie gesehen. Mitbürger, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wählen ist eine ernste Sache. Also bevor ihr euren Präsidenten wählt, möchte ich, dass ihr alle ganz tief Luft holt. Wirklich tief. Was haltet ihr von eurem Präsidentschaftskandidaten? Wir lieben Berlin! Wir werden tun, dass er sagt! Wir verbrechen uns für alle in Hessen! Wir wollen nicht den ganzen Präsidenten! Stell sicher, dass alle genug abgekriegt haben, dann auf zur nächsten Station. Mhm. Jetzt bin ich also im Rathaus und muss hier irgendwie das unterbrechen, denke ich mal. Immer noch von Kryptonit geschwächt. Haut ab! Boah, jetzt rennen die hier alle. Könnt ihr nicht abhauen. Geht weg! Äh. So. Boah, was hau ich mir denn da außerangeln? Ein bisschen Geld. Boah, das macht ja einer verrückt. Was glitzert denn da so? Hm. Haut doch ab hier! Das ist doch... ...unmöglich hier. Ja, da glitzert irgendwas, aber... ...was soll ich denn da machen? Äh. Ist ja nicht schon... Ich hänge hier schon wieder fest. Kann doch nicht. Hallo? Trifst doch diese blöde... Boah, diese Menschen hier, ne? Hm. Kommen wir nicht durch. Hier sind nur Blümchen. Irgendeinen Anzug hab ich auch nicht. Aber... ...wird da die Boxen zerstören? Ja! So wird das gemacht. Aha. Ich komm doch alleine weiter ohne Hilfe. Power-Anzug. Damit werden wir jetzt, denke ich, mal das zerstören. Hoch 1 von 5. Äh. Was auch immer. Und das da wahrscheinlich. Jetzt ist es Wasser. Versuchen wir das nochmal? Ja. Schön, das funktioniert. Äh. Kann ich hier hinspringen? Ja. Oh, hier lachen wir nicht Geld. Kann ich von da rüber? Hier lachen nämlich auch noch Geld. Das wollte ich auch gerne haben. Kann ich das hier kaputt machen? Moin, nur die Lautsprecher kaputt. Hm. Ist auch so ein Bild. Ja. 2 von 5. Äh. Superman. Bam. Und da fliegen wieder Teile für irgendwas runter. Ich kann mir denken, was da jetzt ist. Aber ich würde mal eben gerne da... Gucken, ob ich von hier da dran komme.